Filetstück in Flusslage, das Grundstück an der Enz Promenade. Zwischen der Kaiser Friedrichstraße und der Enz liegt die Stäubenstraße, eine ruhige Seitenstraße entlang dem Fluss Enz. Ideal zum Spazierengehen beiderseits des Flusses, Inlinern, Skaten, Radfahren, Jogging oder dem Gang zu Fuß ins Büro. Das Auto kann in der Tiefgarage bleiben, denn in wenigen Minuten sind sie zu Fuß in der Stadtmitte. Das Grundstück ist zur Zeit mit mehreren Gebäuden bebaut. Filetstück in Fluss Filetstück in Flusslage, das Grundstück an der Enz Promenade. Filetstück in Fluss Maggie